Im Sausage TS und ein Bacon Egg für dich und ein Bacon Egg und zwei Chicken Burger und Cheeseburger mit große Pommes und Ketchup und Mayo. Wir haben keine Pommes. Bitte was? Also einmal Bacon und Egg, ja? Ja und Pommes und Mayo mit Ketchup. Wir nehmen da noch, ein Mac Toast, Cheese and Ham. Also wie gesagt, wir haben keine Pommes. Ja, Mac Toast, Cheese and Ham. Cheese and Ham. Mit Ketchup und Mayo. Okay, super. Macht 19,90? Das ist ja günstig. Dann nehmen wir noch was. Was nehmen wir noch? Wir nehmen noch den Mac Toast Bacon. Wir nehmen Mac Muffin Egg. Mac Muffin Egg. Okay. Mit Ketchup und Mayo. Machen wir Ketchup und Mayo. Wir haben natürlich noch mal Ketchup und Pommes, ganz wichtig. Pommes haben wir momentan nicht. Wie habt ihr nicht? Geht momentan nicht. Geht nicht? Nein. Dann nehmen wir noch ein Brötchen. Brötchen verkaufen und nicht einzeln. Brötchen verkaufen. Dann nehmen wir noch ein Brötchen mit Fleisch. Mac Croissant noch. Aber Mac, 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 Mac. Ja, haben wir doch gesagt, Mac Croissant. Ah, okay. Ja, ah. Ach nee. Ja, jetzt steige ich wieder ein und dann können wir weiterfahren. Okay, mach dann bis zu deinem Schiff mit dem Vorfahren. Nein, so mein Gott nicht. 46,90? Können Sie noch mit dem Vorfahren? Ja, wir fahren vor. Dankeschön. Sobald ich hier eingestiegen bin, ist es ja mega wahnsinnig. Ich bin schon schwanger. Ich bin schon schwanger. Ich bin schon schwanger. Und das ist wirklich, das ist ein Kunststoff. Das ist ein Kunststoff. Ich habe alles auf dem Video an. Nein, also nein. Mit Ketchup und Mayo. Wir haben keine Pommes. Leck mich doch am Arsch. Wir haben keine Pommes. Schönst einen debates. Schönst Certheid.